Heute präsentieren wir LOWI, das Kinderbett 3 in 1. Ein Kind braucht in den ersten Lebensmonaten viel Ruhe. Es wäre gut, dies nicht zu stören. Dafür ist LOWI da, das Kinderbett 3 in 1. Das eingebaute Moskitonetz schützt Ihr Kind vor Insektenstichen draußen und zu Hause. Das Netz sorgt für eine ausgezeichnete Luftzirkulation und Sie behalten Ihr Baby immer im Auge. Sie können das Kinderbett ganz einfach in eine Wiege verwandeln, damit das Baby noch besser schläft. Das ist ein Nickerchen. Wenn das Kind schläft, können Sie ein Moskitonetz problemlos zusammenrollen und verstecken. Da es mit dem Verdeck integriert ist, wird es nicht verloren gehen. Das Kind wird fröhlich mit Blick auf die schönen, weichen Spielzeuge aufwachen. Die Kuscheltiere können Sie an zwei Stellen aufhängen, damit das Baby spielen kann. Alles, was dieses Lächeln verursacht. Das Verdeck ist verstellbar und abnehmbar. Und beim Zusammenklappen von LOWI reicht es aus, es zu falten. Sie müssen die Matratze nicht herausnehmen, es sei denn, Sie wollen Ihren Bezug waschen. Um das Bett zu falten, drücken Sie einfach an den Seiten an den markierten Stellen. Klick und fertig! LOWI lässt sich in wenigen Sekunden zusammenklappen und verwandelt sich in ein kompaktes und leichtes Gepäck. Das Kinderbett LOWI können Sie überall mitnehmen. Nächstes Mal bauen wir es in den Sommerferien zusammen. Heute sagen wir Tschüss!